So, und jetzt, wo wir uns im ersten Teil die neuen Möglichkeiten der 360-Grad-Videobearbeitung im neuen Final Cut Pro 10.4 angeschaut haben, werden wir uns den neuen, sehr stark verbesserten Farbkorrektur-Werkzeuge zu. Ihr werdet sehen, dass Final Cut Pro nun sogar Funktionalität hat, die nicht einmal manch High-End-Farbkorrektur-Programme, die ich kenne und nutze haben. Also, gucken wir mal rein! Schon mal vorab, ich gebe gerne und offen zu, dass ich persönlich ein riesen Fan von der von Final Cut Pro 10 erstmals eingeführten Farbtafel bin. Jawoll! Für mich war es schnell verständlich und ich finde es noch immer den einfachsten, schnellsten und effektivsten Weg zu einer einfachen, primären Farbkorrektur. Und obwohl ich eine ganze Batterie an zusätzlichen Plugins und Apps habe, mit Kurven, Farbkreisen, Vektoren und 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 tatsächlich genau weiß mit ihnen umzugehen, habe ich sie bisher öfters als nicht bestenfalls als Ergänzung zu meinen Korrekturen in der Farbtafel genutzt. Wobei Kurven doch schon noch die beste Wahl sind, speziell wenn es um die Verarbeitung zum Beispiel von Bildern geht, die mit einer logarithmischen Gamma-Kurve, also Log, Log2, S-Log und so weiter und so fort aufgezeichnet wurden. Denn aus solchen Bildern wird erst nach Anwendung einer logarithmischen Korrektur-Kurve wieder ein vernünftiges Bild. Wenn auch nicht zwingend nötig, es ist am Ende schon noch das bisschen leichter und präziser. Ich weiß auch, dass viele, die Farbkreise gewohnt waren oder sind, ähnlich wie bei der Frage von Audio-Spuren, sich wieder umstellen wollten oder konnten, aber gut. Was mich allerdings bisher tatsächlich gestört hat, war einerseits die etwas mangelnde Präzision der einstellbaren Werte der Farbtafel und die Tatsache, dass man für die verschiedenen Bereiche, also Farbe, Sättigung und Belichtung, Fenster bzw. Tabs wechseln musste, auch wenn es für sie Tastaturkürzel gibt. Es fühlte sich einfach für mich mühseliger an, als es sein sollte. Dann, was für mich eigentlich am allerschlimmsten war, und ich weiß für vielen anderen auch, war das Fehlen sämtlicher Animationsmöglichkeiten, also jegliche Art der Farbkorrektur, sogar die der Drittanbieter, war nicht keyframebar. Aber ich sage bewusst wahr, weil das alles nun der Vergangenheit angehört. Apple hat mit der Version 10.4 nun die Funktionalität im Bereich der Farbkorrektur praktisch komplett neu aufgebaut und aufgebohrt. Fast nichts ist mehr so wie es war. Es fängt schon damit an, dass wir für unsere Farbeinstellung kein verschachteltes Unterfenster mehr haben, sondern, wenn wir einmal oben im Informationsfenster schauen, einen dedizierten Farbinformationsbereich als eigenen Reiter. Und zwar zwischen dem Reiter oder Fenster für die Video- und die Audio-Information, welches auch ein kleines Chroma-Diagramm als Symbol hat. Dieser ist auch, wie bisher mit der Farbtafel, per Command 6 aufzurufen. Hiermit bekommt also endlich die Farbkorrektur ihr eigenes Fenster. Und auf dem ersten Blick hat sich eigentlich überhaupt nichts darüber hinaus getan. Das täuscht allerdings gewaltig. Erstens gibt es oben jetzt ein Menü, wo momentan noch keine Korrekturen steht. Wer mein Training kennt, wird wissen, dass die Farbkorrektur seit der Version 10.2 ein Filter ist, den man entweder erst manuell anwenden kann, oder man verändert einfach irgendeinen Wert hier in der Farbtafel und es wird damit der Filter automatisch auf den jeweiligen Clip angewendet. Also, sobald ich hier irgendwas verändere, sehen wir oben, dass sich das Menü verändert und Farbtafel 1 anzeigt. Wechsle ich also zum Video-Informations-Fenster zurück, sehe ich, dass ich damit den Farbtafel-Effekt automatisch auf meinen Clip angewendet bekommen habe. Wenn wir jetzt mal in unsere Effekt-Übersicht schauen und hier unter der Kategorie Farbe sehen wir an erster Stelle unseren Farbtafel-Effekt. Aber, wenn wir die sonstigen stilisierten Farbfilter wie Ausmalen und Färbungen und so hier außer Acht lassen, dann sehen wir, dass hier mal eben vier neue Korrekturfilter hinzugekommen sind. Wenn man den ersten dazu zählt, den eigenen LUT- oder LUT-Filter, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ja, hiermit kann man nun eigene, sei es selbst erstellte oder ausgelieferte LUTs, also Lookup-Tables, um es ganz offiziell zu sagen, seinem Material für die Farbkorrektur zuweisen. Wer LUTs des Öfteren verwendet, wird wissen, wie großartig das ist. Auch hier wieder keine Drittanbieter mehr nötig. Wobei, wenn ich den Clip mal im Ereignis rauswähle und in dessen Infofenster schaue und hier in den Einstellungen, dann sehe ich neben dem uns bisher schon bekannten Menü, um dem Clip eines der gängigsten Kamera-LUTs zuzuweisen, an vorletzter Stelle die Option, bereits hier dem Clip eine individuelle LUT zuzuweisen. Wenn ich das wähle, kann ich im darauffolgenden Dialogfenster die gewünschte LUT suchen und auswählen, wie auch die gewünschte Farbraumkonvertierung unten im Menü bestimmen. Diese LUT wird dann auch global angewendet, also auf jede Instanz des Clips, die ich irgendwo verwende. Das breche ich aber einmal ab, denn wenn ich mal den eigene LUT-Filter auf mein Clip ziehe und hier im Informationsfenster unter den Effekten schaue, ist der Unterschied beim LUT-Filter, dass ich die gewählten Farbräume jederzeit nachträglich ändern kann, was aber über die Einstellungen des Clips nicht geht. Ich kann also in den Filteroptionen einzelne Clip-Instanzen eine, aber auch unterschiedliche LUTs zuweisen, wenn ich möchte und brauche. Ich kann hier auch den ein- und ausgehenden Farbraum jederzeit verändern, sowie die Intensität des angewendeten LUTs über den Mix-Schieberegler bestimmen. Wir sehen übrigens auch, dass ich hier die neuen REC 2020 HDR-Farbräume bedienen kann, was auch ein neues Feature von Final Cut Pro 10.4 ist, worauf ich im dritten Teil noch etwas ausführlicher eingehen werde. Jedenfalls schon ziemlich nett das Ganze. Was ist aber mit den ganzen anderen neuen Korrekturfiltern? Wenn wir nochmals in die Farbe-Kategorie schauen, sehen wir hier wie gesagt noch drei weitere Filter, die einiges Wunderbares erahnen lassen. Farbkurven, Farbräder und Farbton- bzw. Sättigungskurven. Auch diese könnte ich von hier auf mein Material anwenden. Oder ich gehe einfach nochmals mit Kman 6 in mein neues Farbe-Informationsfenster und klicke hier einmal auf das zuvor erwähnte Menü. Hier in zwei Abschnitten sehe ich einmal die bereits angewendeten Korrekturfilter oben, in meinem Fall meine eine Farbtafel und darunter die vier Korrekturfiltern, die mir insgesamt zur Verfügung stehen, die ich durch Anwählen noch hinzufügen kann. Ich könnte also eine weitere sekundäre Farbtafel hinzufügen, aber auch eines der Räder oder Kurvenfilter. Auch das kommt hier wieder wie bei der Farbtafel, dem Draufziehen des Filters aus der Effektsübersicht gleich. Wähle ich also hier aus dem Menü die Farbräder an. Et voilà! Ich habe nun in der Standarddarstellung vier Farbräder, mit denen ich meine Farbeinstellung vornehmen kann. Vom Prinzip her natürlich die gleichen Einstellungsmöglichkeiten der Farbtafel, aber alles auf einem Blick, also ohne auf einen anderen Bereich umschalten zu müssen. Ich habe meinen Master, was der bisher global genannten Einstellung gleichkommt, meine Schatten, Hervorhebungen oder Lichter, sowie Mitteltöne. Allerdings würde man vielleicht auf den ersten Blick glauben, dass sich damit nur die Farben, also die Einstellung des ersten Fensters der Farbtafel, verändern kann, aber weit gefehlt. Denn hier sind tatsächlich alle zwölf der möglichen Regler oder auch Pucks, wie ich sie gerne nenne, der Farbtafel funktionell vertreten. In der Mitte der Farbkreise haben wir ein Steuerelement, mit dem wir jeweils global den dunklen, hellen oder mitteltönen eine Farbe hinzugeben können. Also ja, dem Farbereiter der Farbtafel gleichkommt. Aber wo wir für die Sättigung und Belichtung zu einem anderen Reiter in der Farbtafel wechseln müssen, haben wir hier jeweils immer links neben den respektiven Kreisen eine, ich nenne sie mal Wippel, mit der ich die Sättigung des jeweiligen Bildbereichs verändern kann, sowie rechts eine Wippel für die Helligkeit des jeweiligen Bereichs. Damit haben wir also alle drei Bereiche und alle zwölf Buchs der Farbtafel auf einen Blick abgedeckt. Wer sich nicht an einer Aufteilung in unterschiedliche Tabs stört, so wie ich, oder vielleicht die einzelnen Farbräder zu kleinen ist, dem ist mit der zweiten Darstellungsoption geholfen, welche wir oben rechts im Menü über den Farbrädern finden. Hier kann ich nämlich von alle Räder auf einzelne Räder umstellen. Und damit bekomme ich nur den Masterkreis angezeigt, mit seinen sonstigen einstellbaren Parameter darunter. Wie Farbtemperatur, Färbung im englischen Tint und den Farbtonwinkel, falls ich zum Beispiel nur meine Hauttöne in den Mitten auf den korrekten Winkel drehen möchte. Wobei das nette ist, dass die Schieberegler sogar die jeweilige Farbe dabei anzeigen, in der ich das Bild gerade schubse. Also die Temperatur mehr ins Kühle mit einem Blauton, oder mehr ins Warme mit einem Gelbton. Nun kann ich oben über die drei Schaltflächen zu den anderen Farbkreise einzeln umschalten, womit jeder davon auch entsprechend größer ist. Erst recht in Verbindung mit dem neuerdings vergrößerbaren Informationsfenster. Als nächstes in unserem Farbkorrekturauswahlmenü haben wir dann zwei weitere Korrekturfilter, auf die ich weiß sehr viele schon sehr lange hoffen und warten, und zwar Farbkurven. Um sie hier zuzufügen, auch hier wieder genauso wie mit der Farbtafel und den Kreisen, einfach aus dem Menü im unteren Bereich auswählen. Danach kann ich dann auf die bereits angewendeten Filter zurückkehren, indem ich sie einfach im oberen Bereich, zum Beispiel die Farbkurven 1, auswähle. Insofern die Darstellung auf alle Kurven steht, sehe ich damit auch die vier Kurven, die mir hier zur Verfügung stehen. Ganz oben die Luma-Kurve, auf der ich bei Bedarf mit der Maus klicken kann, um Kontrollpunkte zu erzeugen. Damit kann ich zum Beispiel die zuvor erwähnte S-Kurve für logarithmisch aufgezeichnetes Material ohne LUT erzeugen, um den entsprechend gewünschten Kontrastumfang zu bekommen. Darunter haben wir dann die klassischen rot, grün und blauen Kurven für die respektiven RGB-Kanäle. Aber, und das ist denke ich das besonders Geniale an diesen Kurven, sie sind nicht auf R, G und B beschränkt. Denn ich kann auf verschiedenste Art bestimmen, welche Farbe genau von einer Kurve verändert wird. Ich kann die Farbe einer jeweiligen Kurve verändern, also selbst und individuell bestimmen. Wollte ich zum Beispiel nur genau das Blau des Oberteils der attraktiven Jungdame hier für die Kurve definieren, welches eben nicht wirklich reines Blau ist, dann könnte ich entweder auf das Pop-Up-Menü, was ich jeweils unter dem Namen der Kurven versteckt, klicken und durch Ziehen des Kontrollelements auf dem Farbkreis, der erscheint, raten, welche Farbe das genau sein könnte. Ich kann eine völlig beliebige Farbe wählen. Es muss in diesem Fall nicht einmal ein Rotton sein. Eine Möglichkeit, die ich von keinem anderen Programm in der Form so kenne. Womit die letztendlich gewählte Farbe dann natürlich auch das Ziel dieser oder einer sonstigen Kurve wird. Was ich natürlich anschließend auch an der veränderten Linienfarbe erkennen kann. Ich kann aber auch einfach die kleine Pipette hier neben der jeweiligen Kurve aktivieren und jetzt mit der Maus ins Bild fahren und hier einfach mit einem Klick die genaue Farbe wählen, die ich auf der Kurve repräsentiert haben möchte. Welche ich gewählt und damit isoliert habe, bekomme ich dann auch mit einer vertikalen Linie auf der Kurve angezeigt. Wenn ich jetzt auch mal den Farb- und Sättigungskurvenfilter im Menü wähle und damit auf meinen Clip anwende, dann können wir sehen, wie hier die Pipette noch hilfreicher beim Isolieren einer Farbe bzw. eines Farbspektrums sein kann. Hier haben wir ja gleich sechs Kurven. Von Farbton vs. Farbton, Sättigung, Luma und Luma vs. Sättigung sowie Sättigung vs. Sättigung. Und zu guter Letzt auch eine Kurve für eine frei definierbare Farbe, die standardmäßig nicht ganz zufällig in Richtung Hauttöne geht vs. Sättigung. Links neben jeder Kurve gibt es im Übrigen auch einen globalen Schieberegler, womit ich die jeweiligen Einstellungen insgesamt verändern kann. Auch hier können wir alles auf eine einzelne Kurve mit dem Menü oben rechts reduzieren, um das Infofenster nicht zu überladen. Das mache ich mal und gehe mal auf die Pipette der Farbton vs. Farbtonkurve und klicke einmal damit auf ihr blaues Oberteil. Und damit bekommen wir zweierlei Sachen, nämlich eine vertikale Linie in den Graphen und automatisch gleich drei Steuerpunkte auf unserer Kurvenlinie. Der mittlere Steuerpunkt zusammen mit der vertikalen Linie zeigt die Position der angeklickten Farbe an und die beiden links und rechts ein relativ kleiner, prozentual ausgeweideter Tonumfang der gewählten Farbe. Merke ich aber bei einer Veränderung, dass der automatisch gewählte Umfang nicht wirklich groß genug ist, also bestimmte Farbtöne vielleicht nicht beeinflusst werden, die ich beeinflussen möchte, dann kann ich auch die Auswahl z.B. manuell erweitern, indem ich die Steuerpunkte nach links und rechts etwas erweitere. Da das Ganze aber schon wieder ein recht ungenaues Ratespiel ist, kann ich alternativ das Ganze aber auch zurücksetzen, erneut mit der Pipette ins Bild fahren, diesmal aber ins blaue klicken, halten und mit der Maus einen Kreis aufziehen. Hiermit bestimme ich einen entsprechenden größeren Farbspektrum, der zum Einflussbereich gehören soll, also auch die helleren und dunkleren Blautöne ihres Oberteils und lasse die Maus los. Jetzt sehen wir, dass die damit gesetzten Steuerpunkte weiter auseinanderstehen, womit sie folglich auch einen entsprechend größeren Farbraum abdecken. Bewege ich jetzt den mittleren Steuerpunkt rauf oder runter, fändere ich also, dank der von den anderen beiden Steuerpunkten eingeschränkten Wirkungsbereich, nur die Farbe ihres Oberteils. Hiermit kann ich also super einfach die Farbe ihres Oberteils, zum Beispiel Knallrot oder Grün machen, ohne eine wesentliche Veränderung am Rest des Bildes vorzunehmen. Ziemlich nett. Das Ganze gilt natürlich auch für die sonstigen Kurven, die mir zur Verfügung stehen. Gehe ich also zum Beispiel auf die Farbton versus Luma, also die Helligkeitskurve für die gewählte Farbe, und mache das gleiche hier mit der Pipette und bewege den hier nun entstandenen mittleren Steuerpunkt rauf und runter, fändere ich damit nur die Helligkeit ihres Oberteils. Hier sieht man allerdings eine merkliche, eventuell unerwünschte Veränderung am Rest des Bildes, zum Beispiel an den Fenstern. Die Lamellen überstrahlen und bei ganz genauem Hinsehen gibt es doch eine leichte Verfärbung. Da ist es ein entsprechendes Glück, dass wir wie bei fast allen Effektsfiltern in Final Cut Pro 10 einfach eine Maske nur für diesen Effekt anlegen können. Dazu brauche ich lediglich mit der Maus über den Namen des Filters fahren und den damit erscheinenden Kasten mit Kreis-Symbol klicken. Hier kann ich nun entweder eine Form oder eine Farbmaske hinzufügen. Ich wähle mal die Farbmaske, womit die Parameter dafür unter meinem Kurven-Effekt erscheinen. Und auch hier wieder, wie die, die meinen Training kennen, schon wissen werden, kann ich mit der Pipette rechts, wie eben auch schon, in meinem Bild den Farbbereich, den ich isolieren möchte, durchklicken und ziehen wählen. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich dann auch noch weitere Farbbereiche zu meiner Auswahl hinzufügen, bis ich auch alle Blauschattierungen für meine Maske definiert habe. Aktiviere und deaktiviere ich danach die Maske mal, sehen wir, wie ich damit die sonstigen Bild-Elemente perfekt von meinem Effekt verschone. Die Fenster im Hintergrund sind damit nicht mehr ausgebrannt noch verfärbt. Perfekt. Und als Krönung des Ganzen, wie ich bereits anfangs erwähnt habe, ist nun endlich nicht nur die Farbtafel, sondern sämtliche dieser Farbkorrekturfilter sind keyframe-bar bzw. animierbar. Dazu muss ich nur an einer Stelle weiter vorne in meinem Clip fahren und wieder mit der Maus über den Titelbalken fahren und rechts hier den damit erscheinenden und uns bekannten Keyframe-Knopf drücken, um an der Stelle einen Keyframe zu erzeugen. Übrigens als kleine interessante Besonderheit, wenn man hier mal mit der Maus kurz über dem Keyframe-Symbol stehen bleibt, um den Tooltip aufzurufen, sehen wir, dass es nun Keyframe-Innen hinzufügen heißt, womit der Innenbereich einer eventuellen Maske gemeint ist. Das heißt, ich kann sogar Keyframes für jeweils den Innen- und Außenbereich einer Maske separat anlegen. Jetzt ziehe ich einfach mal das mittlere Steuerelement meiner Kurve ganz nach oben, um ihr Oberteil grün einzufärben. Halte ich dabei übrigens die Shift-Taste gedrückt, kann ich damit verhindern, dass das Steuerelement sich nach links oder rechts bewegt und den Wert verfälscht und fahre jetzt einfach mal ein paar Sekunden nach hinten in den Clip und ziehe jetzt das Steuerelement ganz nach unten, womit natürlich auch ein weiterer Keyframe erzeugt wird. Fahre ich jetzt wieder an den Anfang und skimme durch den Clip oder spiele ihn ab, sehen wie wir das Steuerelement jetzt zwischen den Keyframes von oben nach unten wandern, aber natürlich viel wichtiger auch, wie sich ihr Oberteil in der Zeit elegant von grün nach rot verändert. Und ja, das Ganze gilt nun auch für die Farbtafel. Schalte ich dorthin um, setze ein Keyframe, fahre nach hinten in den Clip und mache ein paar offensichtliche Änderungen in einem der drei Bereiche oder auch in allen Bereichen. Sehen wir anschließend, wie auch hier sich die Steuerelemente von Wert zu Wert wie von Geisterhand bewegen. Also endlich keine Überblendungen mehr, wenn man für ein und den gleichen Clip über Zeit zwei oder mehrere Farbhelligkeits-Sättigungs- oder sonst irgendwelche Anpassungen braucht. Und wer die Farbtafel überhaupt nicht versteht, weder benutzen noch jeweils wieder sehen möchte, oder einfach meint, standardmäßig mit eins der anderen Farbfilter als Ausgangspunkt grundsätzlich besser bedient zu sein, der kann mit Command-Komma in die Voreinstellung gehen und hier unter dem Bearbeitung-Reiter ganz unten, bei der mit 10.4 neuen Voreinstellung für die Standardkorrektur eins der anderen drei Farbfilter als Standard definieren. Danach bekommt man mit Command-6 den gewählten Farbfilter als erstes angezeigt, statt wie bisher die Farbtafel. So, das war's erstmal. Im ersten Teil mit dem neuen 360-Grad-VR-Schnitt. Im dritten Teil, an dem ich im Moment gerade noch sitze, vielleicht ist es aber auch schon draußen, wenn du es guckst, ich weiß es nicht, will ich noch die nicht ganz unwesentlichen sonstigen Neuerungen der Version 10.4 aufzeigen und erklären, sogar mit ein paar weiteren freien Downloads, die vielleicht einige von euch interessieren könnten. Ich will ein wenig auf die neue HDR, High Dynamic Range Verarbeitung eingehen, zeigen, wie man den neuen HILFEC, HEVC, auch H.265 genannt, bei Bedarf und Interesse am einfachsten in seinen Workflow einbinden kann und noch viel mehr. Dann aber auch nette Neuigkeiten für Motion und Compressive User. Alle Infos und Links, wo du diesen letzten Teil schon vorab, insofern schon fertig ist, schauen kannst, habe ich in der Beschreibung festgehalten. Wenn nicht und dir das bis hier auch schon alles gereicht hat, dann schreib mir vielleicht in den Kommentaren, was du gerne an Infos und Tutorials sehen möchtest. Dann sage ich noch vielen Dank fürs Schauen und ich würde mich über einen Daumen hoch oder gar einen Klick auf den Abo-Knopf wirklich sehr freuen und sage Adieu bis zum nächsten Mal oder bis zum dritten Kapitel. Ciao!